Hallo und willkommen bei Hardware-Rat, hier die Technik-News der Kalenderwoche 29, 2018. Ja, eigentlich wollte ich diese Technik-News in meinem Studio machen, allerdings gibt es da ein paar Probleme wegen den Nano-Leaves, die bekomme ich nicht gescheit befestigt. Jedenfalls nicht so befestigt, dass ich sie danach auch wieder abbekomme, ohne dass die Tapete wegreißt. Und die mitgelieferten Kleber sind einfach viel zu schlecht und da suche ich jetzt gerade eine Lösung. Könnt mir in den Kommentaren ein paar Empfehlungen schreiben, ich habe mir gedacht, ich nehme die Padafix, diese Klebdinger, diese Klebnähte da. Aber erstmal weiter mit dem Video. E-Sports könnte frühestens zu den Olympischen Spielen 2028 olympisch werden. Es sei noch eine ganze Reihe von Fragen offen, sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Aber sein Nachfolger könnte dann schon 2028 E-Sport mit in die Olympischen Spiele aufnehmen. Es sieht also gar nicht mal so schlecht aus, dass es eines Tages passieren könnte. Trotz einer Absage für die Olympischen Spiele 2020 und 2024 war die Stimmung doch recht positiv. Was positiv ist, die Frage, ob E-Sport überhaupt ein Sport ist, kam gar nicht mehr auf. Es wurde einfach akzeptiert. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass E-Sport, finde ich, ein Sport ist, aber eigentlich gar nicht so in die Olympischen Spiele reinpasst. Es gibt sehr viele Sportarten, die nicht in die Olympischen Spiele reinpassen. Und E-Sport ist für mich eigentlich auch so ein Sport. Es passt für mich einfach nicht neben Leuten, die Kanu fahren oder Langstreckenläufer auf einmal so Zocker am PC. Also ich finde, das gehört irgendwie nicht so zusammen. Apple ist eigentlich ein Unternehmen, das sehr gute Notebooks herstellt, also die sehr gut funktionieren in der Regel. Über die Qualität der Elektronik lässt sich auf jeden Fall streiten. Da kotzt sich ja der YouTuber Louis Rossmann ziemlich oft aus. Aber wenn die Geräte mal funktionieren, funktionieren sie eigentlich recht gut und sind auch ziemlich durchdacht. Doch bei dem neuen MacBook Pro scheint das nicht so zu sein. Dieses Notebook hat nämlich einen Sechskernprozessor und das Notebook ist nicht in der Lage, den Prozessor gescheit zu kühlen. Und das so krass, dass der Prozessor nicht mal seinen Basistakt halten kann, beim Rendern zum Beispiel. Daraus resultiert, dass dort die Quad-Core-Modelle sogar schneller sind. Vielleicht könnte hier aber ein Firmware-Update weiterhelfen, zum Beispiel ein Firmware-Update zum Energiemanagement zum Prozessor oder so. Dies wäre auf jeden Fall wünschenswert, weil sonst wäre das Notebook echt scheiße. Und es gibt neue Gerüchte zu den Releases der Comden GeForce-Grafikkarten. Diese Information stammt aus einer vermeintlichen E-Mail von einem Bordpartner. Und zwar soll am 30. August die 1180 erscheinen, am 30. September die 1170 und eine 1180 Plus und am 30. Oktober die 1160. Wäre auf jeden Fall typisch, denn Nvidia bringt normalerweise immer ihre stärkste Grafikkarte zuerst heraus, beziehungsweise die stärkste ohne TI und die TI dann oft ein halbes Jahr später oder so. Google bekommt eine Strafe von 4,34 Milliarden Euro von der EU verhängt. Das ist Rekord. Grund dafür ist die Ausnutzung ihrer Marktmacht bei Android. Genauer, möchte ein Hersteller den Play Store benutzen, dann muss er auch andere Google-Dienste vorinstallieren. Es wird vorgeschrieben, wer den Play Store installieren möchte, muss auch Google Search und den Mobile-Browser installieren, also Chrome. Laut Google steht es den anderen Herstellern aber frei, noch zusätzliche Brows und Sonstiges zu installieren. Die Hersteller sagen aber was anderes, dass sie dies scheinbar nicht dürfen. Auch hätte Google untersagt, dass geräteeigene Android-Versionen weitervermarktet werden dürfen an andere Hersteller. Zum Beispiel Fire OS. Dies benutzt ja Amazon und Amazon möchte dies auch weitervermarkten, allerdings hätte Google dies scheinbar untersagt. Also dass Fire OS auch auf Geräten von anderen Herstellern neben Amazon laufen darf. Google ist sich hier natürlich keiner Schuld bewusst. Es steht ja jedem frei, andere Browser und so weiter zu installieren, auch nachträglich. Auch dementiert Google, dass sie Herstellern vorschreiben würden, dass sie keine zusätzlichen Browser noch installieren dürften. Ist natürlich jetzt fraglich, ob die Aussage von Google auch stimmt. Was allerdings Google darauf gesagt hat, ist, dass sie nicht mehr garantieren können, dass Android dann auch weiterhin für die Hersteller kostenlos bleibt. Wenn Google am Ende aber nicht mehr kostenlos bleibt und deswegen die Gerätepreise steigen, würde das natürlich dem Endkunden am Ende mehr wehtun, als dass nur der Google Chrome Browser installiert ist. Einerseits natürlich muss man den Wettbewerb schützen, andererseits muss man auch natürlich sehen, wird hier der Wettbewerb wirklich angegriffen. Und ich persönlich bin da sehr, sehr zwiegespalten bei dem Thema. Ich verstehe auf jeden Fall beide Seiten. Deswegen würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Der Massenspeichermarkt geht immer mehr Richtung Flashspeicher und das merken jetzt auch Western Digital. Sie müssen eine Festplattenfabrik schließen. Der Grund, die Nachfrage ist einfach viel zu gering. Deswegen wird eine Fabrik in Malaysia nun dicht gemacht. Ist ja eigentlich nicht so schlimm, denn dafür kommen ja neue Flashfabriken. AMDs Arbeit in Treiber hat sich scheinbar gelohnt. Die AMD Grafikkartentreiber sollen etwas stabiler sein als die Nvidia. Das hat ein externes Unternehmen, allerdings im Auftrag von AMD, muss man dazu sagen, ermittelt. Das hat natürlich einen kleinen Beigeschmack, dass das Unternehmen von AMD beauftragt wurde. Allerdings ist das Unternehmen unabhängig und testet hauptsächlich Software für ihre Stabilität. Und hier soll AMD vor allem im Profibereich stabilere Treiber haben. Im Gaming-Bereich sind die Grafikkartentreiber eher gleich auf. Bloß bei der GTX 1060 gab es irgendwie Aussetzer, diese hatte besonders häufig Fehler. In meinem Hardware-Mythen-Video habe ich ja schon gesagt, dass es eher mittlerweile ein Mythos ist, jedenfalls im Gaming-Bereich unter Windows, dass Hardware instabilere Treiber hat. Das war früher so, ist heute allerdings nicht mehr so. Wenn heutzutage ein Treiber oft abstürzt, egal ob bei AMD oder Nvidia, hängt oftmals ein defekter Grafikkarte dahinter und nicht ein Softwareproblem. Wenn die Grafikkarte nämlich durch einen Fehler nur Scheiße ausspuckt an den Treiber, dann stürzt dieser nämlich ab. Allerdings muss man sagen, dass sowohl Nvidia als auch AMD sehr, sehr stabile Treiber haben. Die meisten Leute werden das auch bestätigen können, dass es so gut wie nie Treiberabstürze gibt. Und die Gerüchteküche brodelt auch bei AMD, und zwar wegen den Zen-Prozessoren. Zen 2 soll nämlich im Desktop-Bereich doppelt so viele Kerne im Mainstream-Bereich bekommen. Allerdings glaube ich das nicht so wirklich. Ein 16-Kerner im Mainstream-Bereich wäre hart übertrieben, finde ich. Aber ein 12-Kerner könnte ich mir gut vorstellen bei einem Ryzen 7. Die Ryzen 5-Prozessoren könnten dann 6 und 8 Kerne haben und die Ryzen 3 dann 4 Kerne. So könnte ich es mir jedenfalls vorstellen. Neben den Kernen soll es natürlich noch eine bessere Energieeffizienz geben und auch ein höheres Übertaktpotenzial durch das bessere Fertigungsverfahren. Außerdem steigt die Leistung pro Takt um 10-15%. Allerdings bleibt der Sockel gleich, also weiter in AM4. Also auch die Ryzen 2000er-Prozessoren wird mit der ersten Chipsatz-Generation unterstützt. Was nun auch geleakt worden sein soll, ist die nächste APU-Reihe von AMD mit dem Codenamen Picasso. Zwar nicht so viel, allerdings schon mal eine Device-ID 1508 und die Geräte Nummer 15DD. Mehr ist allerdings nicht bekannt. Und zu guter Letzt Neuigkeiten zum Z390-Chipsatz von Intel. Dieser soll nämlich Z370 einfach ablösen. Nach dem Release von Z390 sollen die Mainboards mit Z370-Chipsatz nach und nach vom Markt verschwinden und dann kommen einfach die Z390-Mainboards. Die meisten Mainboards werden wohl identisch sein zu den Z370-Mainboards, einfach nur mit dem anderen Chipsatz ausgestattet. Dann ist es also so, dass der Z390-Chipsatz für die erste Coffee-Lake-Generation eigentlich ist. Ob für die zweite Coffee-Lake-Generation es dann aber neue Chipsätze gibt, das steht noch offen. Das war's dann aber auch mit den Tech-News für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video.